Hallo YouTuber und willkommen zu einem neuen Technik-Vaultier-Video. Wir machen weiter mit den ganzen neuen Samsung Galaxy-Produkten. Bedeutet, erste Eindrücke, alle Informationen, wir haben die Hardware-Daten und auch endlich die finalen deutschen Preise. Und ich erzähle vielleicht noch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Gestern hatten wir ja bereits das Video zu den Samsung Note 20 Smartphones. Jetzt gibt es den ganzen Rest. Bedeutet, Uhren, Kopfhörer, Tablets. Ich weiß, es gab seitdem auch den Livestream von Samsung. Oh Mann. Und noch etwas zum Falten. Aber der Reihe nach. Auf diesem 90-Minuten-Hands-On-Event von Samsung hat man sich natürlich auf die Smartphones gestürzt. Für die restlichen Produkte war die Zeit einfach viel zu kurz. Vor allem, um auch sie vernünftig auszuprobieren. Da muss man sich echt entscheiden. Das Produkt, mit dem ich aber dann noch die meiste Zeit verbracht habe, waren die beiden neuen Uhren. Heißen, oh Wunder, Galaxy Watch 3. Ich blende hier auch direkt die ganzen Hardware-Informationen dazu ein. Und natürlich auch die finalen Preise. Es gibt zwei verschiedene Größen. 41 und 45 Millimeter. Beides Edelstahlgehäuse, drehbare Lunette. Bei den Displays ist es so, das kleinere hat ein 1,2 Display. Das größere hat ein 1,4 Zoll Display. Wobei müsste man irgendwie so 30 oder 34 Millimeter eher sagen, weil es ja ein rundes Display ist. 1 GB RAM, Tizen 5.5 läuft drauf. Es gibt wieder eine LTE-Version und halt auch eine WLAN-Only-Version. Sind wasserdicht und, und, und. Säulen in Zukunft. Ich glaube, in Korea ist es schon freigeschaltet. Dann auch so eine EKG-Messung haben und auch eine Sauerstoffsättigung im Blut messen können. Das gibt es aber noch nicht zum Start. Das sind halt Features jetzt angekündigt, kommen dann später. IP68 zertifiziert sind sie auch. Das waren jetzt einfach mal so die wichtigsten Daten. Jetzt komme ich und sage mir, naja, Preise so ab, irgendwo landet man da aktuell zwischen 4 und 500 Euro. Je nachdem, welche Größe und mit LTE oder ohne. Der erste Eindruck fällt ein bisschen schwer oder anders aus. Ich hatte das Gefühl, 41 Millimeter waren mir persönlich zu klein. 45 Millimeter schon fast wieder zu groß am Handgelenk. Die Uhren selber ist jetzt diesmal wieder, was sollen wir sagen, eher grunzig, eher männlich angehaucht. So sehen sie eher auch, auch wenn man diese mystik bronzene Farbe nimmt. Also eher die Mädchenfarbe. Jetzt einfach mal so gesagt. Bei den Active 2 Uhren war es ja wieder so, die waren ja eher schlicht gehalten, fast filigran. Das war ja eher so was, ich will nicht klassisch sagen. Und das hier ist jetzt eher wieder was Robusteres. So könnte man das ausdrücken. So, altbekannte Features wieder mit an Bord. Jetzt natürlich mit diesen weiteren Gesundheitsüberwachungs-Messungsfunktionen, wenn sie denn dann kommen. Ja, ist bestimmt eine schöne Nummer. Vor allem wirkt natürlich wieder am allerbesten, wenn man das wieder mit Samsung Smartphones koppelt. Zu den Uhren kommen wir zu den Tablets rüber. Ich sage und nicht nur ich, ich glaube, jeder Kollege hat das an diesem Tag gesagt. Scherzeshalber mal wieder, Samsung präsentiert die iPad Pros. Das Design ist ganz klar, wobei sie deutlich dünner daherkommen. Und von der Verarbeitung wieder, wie sie sich anfühlen, das war echt, echt, echt solides Zeug. Und zwei Größen, 11 Zoll mit einem LCD-Display und 12,4 Zoll mit einem OLED-Display. Und jetzt kommt es. Beide haben 120 Hertz-Displays. Beide, auch das kleinere. Nicht was wie Samsung das beim Note, aber da rege ich mich jetzt nicht drüber auf. Und vor allem, ich lege noch einen drauf. Beide kommen mit einem Snapdragon 865 Plus. Also das schönste, beste, tollste, was man als Prozessor sich im Android-Segment wünschen kann, kriegen beide Tablets. Seltsamerweise, obwohl es ja immer hieß, den 865er und auch den Pluser gibt es anscheinend nur als 5G-Version, ist es so, dass es nur das größere Tablet auch als 5G-Option gibt. Das kleinere, das Tab S7, also normal, die heißen halt S7 normal, S7 Plus, wieder das Plus. Das S7, das normale Tablet, gibt es nicht in einer 5G-Version, sondern anscheinend nur in einer LTE-Version. Also da sehr irritierend, dass es sowas gibt. Beide haben USB-C 3.2, das ist, was mir noch hängen geblieben ist. Und die Akkus sind riesig. 8000 mAh beim normalen und 10.080, so um den Dreh, beim großen. Haben sich super angefühlt. Auch die Farben vom normalen oder auch das Display beim normalen, was halt kein OLED-Display ist. Die Farben sahen trotzdem toll aus. Die Blickwinkel, gut, bei LCD natürlich. Und dann sah man das andere daneben, da wirkten die Farben nochmal deutlich farbenfroher oder auch knalliger. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass das 1A Android-Tablets werden. Gut, müssen sie für den Preis auch sein, je nachdem, was man da für eine Ausstattung da nimmt. Starten die ja dann schon bei knapp unter 700 Euro und dann in der Maximalversion geht es über, ich glaube, 1150 Euro. Aber dafür, ja, S-Pen ist bei beiden erhältlich. Cover oder sowas muss man dann separat kaufen. Anscheinend gibt es zwei verschiedene. Es gibt auch wieder eine Vorbestelleraktion, da gibt es dann irgendwie nur dieses Book-Cover dazu. Oder halt wieder Xbox-3-Monate-X-Cloud-Streaming. Das ist aber nur das Xbox, äh, X-Book, ne, das Book-Cover. Das ist ohne Tastatur und wer dann das Case mit Tastatur haben will, der braucht dann das X-Book-Keyboard. So, das waren jetzt die genauen Bezeichnungen. Aber erster Eindruck davon, schön und vor allem bei deren Dingern und bei der Hardware muss man ja bei Samsung wieder sagen, geht doch. Warum schafft ihr das nicht bei den Smartphones? Dann das Letzte, die Bohnen in den Ohren. Galaxy Buds Live heißen sie. Die Galaxy Buds Plus, die wurden ja schon vor ein paar Monaten vorgestellt. Die Live sind jetzt die neuen. Die Form ist echt auf der einen Seite gewöhnungsbedürftig, aber das ist wieder was, wo halt keiner sagt, hey, das habt ihr Apple nachgemacht, ne, da hängt jetzt der Stift raus oder irgend sowas. Nein, neue Form, das ist so das einzige Produkt, wo ich fast schreien möchte. Guckt hier, dieses Jahr echt eine Neuentwicklung, richtig gute Innovation. Ich hatte sie aber nicht im Ohr. Ich grüße an den Jens an dieser Stelle von TurnOn. Der hatte die sich ausgiebig gegeben und war echt angetan. Vor allem war das Szenario so, er setzte sie rein und dachte, das ANC wäre schon an, weil die halt so gut schön isoliert sitzen. Und dann kam die Dame und sagte, wollen wir mal das ANC einschalten? Und er war so, was? Und dann haben sie das ANC eingeschalten. Und er war echt angetan davon. Und ich kann mir das auch richtig gut vorstellen. Akkulaufzeit bei den kleinen Dingern sollen so sechs Stunden sein mit ANC, aber ohne, naja, Bixby. Ja, man kann Bixby aktiviert lassen, dass dann Bixby immer mithört. Wenn man beides nutzen will, Bixby und ANC, dann sind es 5,5 Stunden. Und wenn man die ohne ANC hört, dann sind es sogar acht Stunden. Cases ist wieder mit dabei, gibt es in drei verschiedenen Farben. Bronze, schwarz und weiß oder kupfer, schwarz und weiß. Da ist das einzige Produkt, wo ich schon fast versucht bin, dieses Bronzen zu nehmen, weil es so am ehesten, so hauttonmäßig daherkommt, wo es dann im Ohr wahrscheinlich am wenigsten auffallen würde. Aber ich meine, es gibt die Cases, auch die Casegröße war sowas, wo ich mir denke, ja, das kriege ich noch in die Hosentasche. Das war wirklich was, finde ich gut. Gut, also erst mal den Test abwarten, aber das war wirklich was. Und vor allem dann kam der Preis unter 200 Euro. Ich glaube aktuell so 185 Euro. Und das ist doch mal ein Preis, wo ich mir denke, ja, ja, da kann man mithalten, wenn sie denn so gut sind, mit den ganzen Sony-Dingern, mit den Apples und was ist war da nicht alles an Produkten. Hat mich sehr gefreut. Jetzt fragt ihr euch, Faultier, kommt zum Pott, wo ist das Galaxy Z Fold 2? 5G, offiziell heißt es ja so. Gab es nicht zu sehen. Das war das, was sie sich für die Bühne vorenthalten haben. Und da muss ich mal sagen, boah, richtig schöne Nummer. Finale deutsche Preise gibt es, glaube ich, erst am 1. September. Lass das Ding mal wieder 2000 Euro kosten. Aber das ist sowas, wo ich mir denke, schöne Weiterentwicklung. Sie sagen, sie haben es robuster gebaut, kratzerunempfindlicher. Das Ding hat ein Snapdragon 865 Plus. Auch bei uns hat ein 120 Hertz Display. Das sind so viele Sachen, die da richtig schön sich runterlasen, wo ich mir denke, schöne Weiterentwicklung. Und vor allem das kleinere Display auf der Außenseite ist jetzt ein 6,2 Zoll Display. Das bedeutet, das ist ein normales Smartphone Display, was man da hat. Im zusammengeklappten Zustand haben sie angeblich den Abstand zwischen den beiden Seiten verringert, dass es nicht mehr so weit auseinander steht. Aufgeklappt sind es 7,6 Zoll. Ich glaube, ein 4.500 mAh Akku. Und das in Verbindung mit diesem Snapdragon. Ich glaube, da kriegst du eine vernünftige Akkulaufzeit hin. Ich bin so echt das richtig, wo ich mir denke, krass, jetzt sind wir eigentlich da, bei der zweiten Generation von Foldables, von faltbaren Smartphones. Und ja, das ist auch wieder was, wo ich mich echt drüber freue. So, worüber freue ich mich nicht? Den Livestream, den Samsung da gemacht hat. Also diese Präsentation. Also das war wieder so teilweise übertrieben und lustlos dargestellt. Also es gefiel mir persönlich nicht so richtig. Und das, was mir einfach dann gegeben hat. Ja, ich wusste als eingebreite Presse Nase ja, dass es wieder so kommen wird, dass wir den Exynos 990 in Europa haben werden, während die ganze restliche Welt den Snapdragon 850er bekommt. Und ich war schon traurig gestimmt. Und jetzt präsentieren die die Dinger und die ganze Welt bekommt nicht die 865er, sondern sogar schon die 865er Plus. Das war was, da war ich echt unvorbereitet, da war ich wieder sickig. Und vor allem, sie standen auf der Bühne und haben gesagt, das ist der beste Prozessor, der schnellste Prozessor, den es gibt. In Klammer auf im Android-Segment, wie die Dinger sich mit den A's verhalten, ist wie steht auch ein anderes Thema. Aber sie stehen da und loben diesen Prozessor und sagen, das ist eine geile Schnitte und bauen dann aber in Europa wieder die Exynos-Dinger rein. Also wenn Samsung das schon so sagt, finde ich das doch das Gleiche mit den 120-Hertz-Displays. Da stand die Dame auf der Bühne und sagt, wenn du einmal ein 120-Hertz-Display hast, willst du nichts anderes mehr, es wird dir schwer zurückzugehen. Und dann bauen sie ins Note 20 wieder 60 Hertz ein und du denkst dir nur, nee, und das für einen Preis von 950 Euro. Nein, und das sind so Sachen, natürlich regt es auf. Aber wenn Samsung das dann selber auf der Bühne sagt, im Gegensatz zu dem, wie sie ihre Produkte auf den Markt bringen, dann bin ich echt traurig, fühle mich verarscht, kann ich echt oft nachvollziehen. Das ist so eine Kategorie, wo ich mir denke, nee. Okay, so, also da müsste man das auch mal richtig zu spüren. Ja, ich bin ja an der Stelle, ich sage denen das auch immer wieder, wie ungeil das ist und, und, und. Es ist ja nach wie vor die Hoffnung, dass es nächstes Jahr sich das High-End-Exynos-Thema in den Geräten erledigt hat, dass ja Samsung irgendwie nur noch auf Mittel-Exynos, wenn überhaupt, baut oder auf Wearables-Exynos und bei den High-End-Geräten nur noch Qualcomm-Snapdragons verbaut. Das wäre natürlich mal was. Hoffentlich bewahrheitet sich das. Oder sie kommen vielleicht mit den Exynos wieder aus dem Puschen, so wie es damals war. Früher, es gab ja eine Zeit, da waren wir froh, Exynos zu haben. Da war die super Leistung, da war die Akkulaufzeit besser. Aber seit drei Jahren hat sich das komplett gedreht und das ist einfach nur Murks. Und vor allem, wenn wir noch nicht mal die Wahl haben. Sie könnten es ja machen, die Geräte für 200, 300 Euro günstiger machen mit den Exynos-Dinger. Oder auch hier die Qualcomm-Geräte auf den Markt bringen, den Leuten die Wahl lassen, was möchtet ihr kaufen. Aber dann zum gleichen Preis die schwächere Hardware anzubieten. Doof. So, das soll es aber gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.